Das ist der Schiff von Kugelschreiber. Das ist der Supersportwagen unter dem Kugelschreiber. Und der funktioniert folgendermaßen. Normalerweise drückt man, dreht man, der nicht. Also, blotte Handbewegung, da ist die Nine. Eine blotte Rechtsbewegung, Handgelenk, weg ist die Nine. Wenn man es einmal kapiert hat, es gibt nichts besseres, Vergnügen pur.